Und damit hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Data Berlin. Wir sind, wie so häufig, zu viert mit meinen zwei Co-Moderatoren, Danny. Moin. Und Lukas. Hallöchen. Und dann als Viertes haben wir diesmal einen sehr, sehr interessanten Gast. Sag du immer Hallo mit deinem Namen vielleicht auch. Moin, ich bin Niklas. Liebe Grüße an alle ZuhörerInnen und an euch Jungs. Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass du da bist. Damit man einmal ein Gefühl bekommt, warum wir dich eingeladen haben, worum es hier im genaueren geht, können wir erstmal sagen, ja, was du für ein Mensch bist. Du bist 27 Jahre alt. Du kennst dich besonders mit PR aus. Und dann hast du das mit Bachelor in Hannover studiert. Und dann sogar einen Master noch gemacht in Kommunikationsmanagement. Wobei du dich eben im Besonderen auf Social Media spezialisiert hast im Laufe der Zeit. Da schon einige Praktikas gemacht hast. Zum Beispiel auch bei Schalke 04. Und auch deswegen Workshops sogar schon anbietest, weil du da schon so ein Experte sogar bist. So bei Instagram, als auch bei TikTok. Und was noch besonders interessant ist, und da kommen wir dann zu dem Thema in dieser Folge, was dann eben vor allem Musik sein wird. Du hast ein Praktikum gemacht bei Check Your Head. Du kannst ja vielleicht nochmal genauer sagen, was ist denn eigentlich Check Your Head? Damit man dafür immer ein Gefühl bekommt. Check Your Head ist letztlich die, finde ich, also definitiv einer der größten, wenn man sich jetzt mal allein auf die Artists bezieht. Und wie ich auch finde, eine der besten Musik-PR-Agenturen, die es so in Deutschland gibt. Die sich vor allem im Hip-Hop-Segment und auch im Punk-Segment oder ja auch im Rock-Segment, würde ich mal so sagen, sehr, sehr namhafte Künstler unter Vertrag genommen haben, für die sie halt in Deutschland weiten PR machen und sorgen dafür, dass die halt in Medien besprochen werden. Das ist letztlich der Job von den PR-Lern, dass Pressearbeit zum Dazugehören Haftbefehl, RIN, HI-Dief, als die man kennt, so viele Tonlieblingen, aber auch sowas wie Rammstein, Creator, so eine Punk-Rock-Legende, also teils sehr, sehr nischige, aber auch sehr, sehr große KünstlerInnen, die da vertreten sind, für die dort Medienarbeit geleistet wird. Ja, hört sich schon mal faszinierend an. Man merkt auch sehr früh schon, dass du, obwohl du ja erst 24 bist, eigentlich schon ziemlich viel im Leben gemacht hast und auch ziemlich zügig in die Karriere hineingeschwungen bist. So bist du jetzt ja auch bei, hast ja auch derzeit den Instagram-Account von Amazon für die Hip-Hop-Marke. Das ist ja so ein bisschen deiner Grad, um den Medien du dich kümmerst. Und allein da ist es ja schon eine sehr, sehr große Sache, auf die man, glaube ich, sehr stolz sein kann. Voll. Also auf Level ist der auf-Level, ist der Account, den ich momentan betreue, auch nicht alleine, sondern mit meinem besten Kumpel seit der ersten Klasse, mit dem guten Janosch zusammen, mit dem ich auch damals den Blog und die Website gegründet habe. Also wir sind schon seit ewigen Zeiten irgendwie so ein Duo, so ein Gespann. Also uns gibt es auch irgendwie nur im Doppelpack. Shoutout an dieser Stelle auf jeden Fall an dich, Janosch. Genau, diesen Instagram-Kanal, den betreuen wir, der hat jetzt fast 270.000 Abos, ist so die Hip-Hop-Marke von Amazon Music und ist schon relativ groß. Also wenn man jetzt auch mal mit den gesamten Hip-Hop-Medien das mal vergleicht, was die vielleicht für eine Reichweite haben oder auch mit der größten Konkurrenz, vielleicht von Seiten Spotify, Modus Mio, deren Account ist von den Abozahlen kleiner als unserer. Also ist schon ein relativ großer Account mit viel Reichweite und auch mit viel Verantwortung. Musik ist für mich so eine Art Ventil auch, wie das auch für viele Künstler und Videos beschreiben, dass man darüber versucht, Dinge zu verarbeiten, gewisse Stimmungen einzufangen. Ihr seht vielleicht auch hinter mir, das sehen das natürlich die YouTube-Stream-Exclusive-Leute, dass an meiner Wand sehr, sehr viele Platten hängen. Ich bin auch so ein neumoderner Plattensammler irgendwie und die Platten gehören auch irgendwie, oder die Musik, die da an der Wand hängt, gehört auch zum Teil, würde ich sagen, zu meiner Identität. Die haben zum Teil sehr großen Einfluss darauf gehabt, wer ich, glaube ich, heute bin, woraus ich viel Kraft ziehe. Deswegen hängen die auch hier. Das sind alles sehr, sehr wichtige Alben für mich. Also tatsächlich ist Musik für mich sehr identitätsprägend auch und omnipräsent einfach, weil ich mich 24-7 über nichts anderes unterhalte eigentlich. Was auch noch spannend ist bei dir, du hast nicht nur diesen Fokus auf Instagram, sondern du hast auch 2016 eine Website gestartet, wo du eben Blogartikel geschrieben hast. Und dann 2018 hast du das in einen Podcast umgewandelt, der heißt Listen to Podcast. Und deswegen bist du da schon ziemlich lange dabei. Also so Medien, Social Media, das ist so dein Ding. Jetzt in dieser Aufnahme oder in diesem Podcast in der Folge werden wir erstmal im ersten Teil über Hip-Hop und Jugendkultur sprechen und dann wir beim zweiten Teil nach den ersten 30 Minuten auf das Unterthema LGBTQI in zum Beispiel Hip-Hop, also bei der Hip-Hop-Musik, zu sprechen kommen. Nachdem du sagst, dass du ja sehr interessiert bist überhaupt in Musik und dass das für dich dein Leben zum großen Teil auch ausmacht, was würdest du im Sonderen mit Hip-Hop und Rap vielleicht? Vielfältigkeit. Zum einen, das ist halt das Schöne bei Hip-Hop oder bei Rap oder bei Hip-Hop-Kultur, da muss man unterscheiden, zu Hip-Hop-Kultur gehört halt an sich Rap. Dass du praktisch spielen kannst, so wie du willst, also mit Einflüssen, mit Sounds, kannst rumexperimentieren, wie du willst. Gibt eigentlich keine Genre-Grenzen. Vielmehr ist es so, dass sich das Genre immer mehr, ja Subgenres würde ich mal sagen, zu eigen macht und die mit einbezieht und da Einflüsse drauf nimmt. Diese Vielfältigkeit finde ich super. Genau zum Teil eben auch dieses Identitätsprägende, also was es vor allem für mich hat. Und das haben sicherlich auch noch sehr, sehr viele andere Hip-Hop-Heads, die nicht nur, wo ich mich jetzt dazu zähle, einfach mal, die sagen, sie haben irgendwie so dieses Album in der Jugend irgendwie so viel gehört, das hat sie so geprägt, das hören die bis heute. Das ist eigentlich das, was Hip-Hop und Rap für mich ausmacht und dass dort eigentlich letztlich in dieser großen Bubble, die sich natürlich, da werden wir sicherlich im weiteren Verlauf noch weiter drauf eingehen, die sich halt in super viele Unter-Bubbles auch nochmal so gliedert, dass dort eigentlich jeder irgendwie seinen Platz finden kann, wenn man das auch möchte. Und dass, ja genau, dass dort letztlich für jeden auch irgendwie ein Platz geschaffen wird, KünstlerInnen, mit denen man sich identifiziert. Aber diese Vielfältigkeit ist wirklich das, was das Medium so spannend macht. Und was es, glaube ich, aus meiner Sicht auch zu einer der spannendsten und vor allem der größten Jugendkultur macht, die es momentan ist. Rap ist ja auch eins der beliebtesten Genres, einfach in Deutschland, neben Schlager vielleicht und Popmusik halt. Du hast schon die Vielfältigkeit erwähnt. Was meinst du denn, was noch die Gründe sind, weshalb Rap so populär ist in Deutschland? Rap insbesondere spiegelt halt sehr viel von, selbstverständlich nicht in allen Aspekten, aber sehr, sehr viel von der Lebensrealität, wieder von jetzt Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Milieus, sage ich an dieser Stelle einfach mal. Da gibt es wirklich für jede Lebenssituation, in der sich ein Individuum befindet oder in welchem Kosmos man sich bewegt, gibt es irgendwie trotzdem so ein paar Artists, um die sich so eine Bubble eben drangt, also über die man sich immer unterhalten kann. Es ist immer ein Gesprächsthema, über das man reden kann. Hip-Hop ist nicht auch nur die Musik, sondern es ist auch gefühlt so ein bisschen so eine Daily Soap. Also wenn man mal schaut, wie sich Rapperinnen untereinander, wie sie miteinander interagieren, wer gerade mit wem abhängt, wer sich vielleicht auch mit wem beefed oder welche Gerüchteküche gerade irgendwie umhergeht, wer wen als nächstes featuret oder wer jetzt gerade von irgendwem eine Wohnung gekauft hat oder wer gerade irgendwie Promomoose miteinander macht. Es ist halt einfach so ein Kosmos, auch auf Instagram muss man auch sagen, der sich da sehr, sehr viel widerspiegelt, widerspiegelt, der einfach beschäftigt und mit dem man sich auch die ganze Zeit beschäftigen kann, wenn man das will, wenn man so ist wie ich, der sich da irgendwie alles reinprügelt und ich glaube, das macht das so spannend, dass es halt noch über diese Musikwelt hinaus so viel zu entdecken gibt und das eben, wie ich das eben auch gerade versucht habe zu erklären oder schon mal anzudeuten, dass es ja nicht nur um Rap geht, sondern es geht um die ganze Hip-Hop-Kultur. Also dazu gehört ja Breakdance, dazu gehört Graffiti in den Teilen, Skateboarding zum Teil. Also da gibt es so verschiedene Sachen, die halt dieser gesamten Hip-Hop-Kultur dazugehören und Rap ist halt eine Ausdrucksform davon. Ja, also ganz spannend, dass du das von Anfang an so intuitiv schon gleich angesprochen hast mit der Vielfältigkeit, die es im Rap gibt, weil da wäre die spannende oder interessante Frage, was macht denn eigentlich Rap aus, jetzt wo es so vielfältig ist? Was ist denn die eine Sache, die alles dann doch noch zu Rap macht? Ich glaube, die Sache, unter die sich das letztlich gliedert, ist so ein gewisses, du kannst halt damit, du kannst dieses Medium nehmen, also man muss auch, finde ich, aufhören, Rap als, ja, als so ein Gesamtbegriff zu betrachten, weil es ist letztlich auch nur ein Medium, über das sich Leute ausdrücken wollen. Also es geht darum, dass du halt mit deiner Musik, in welcher Form auch immer, irgendwas ausdrücken willst, dass du dich da irgendwie selber widerspiegelst, dass du dich da findest, natürlich gibt es so ein, Rap ist letztlich Sprechgesang, ne? Also es ist jetzt nicht, wenn jetzt jemand Popmucke macht, nur reine Popmucke, wie jetzt zum Beispiel ein, mir fällt bei Pop immer sofort Dua Lipa oder Troye Sivan an, die machen sicherlich kein Rap so, ne? Da geht es schon um Sprechgesang, es geht darum, ein gewisses Maß an Worte in die, in die Zeilen zu drücken, es geht um Beatproducing, was da alles dazu gehört, diese gesamte Hip-Hop-Kultur, wie, was da alles dazu gehört, das ist letztlich, glaube ich, der gemeinsame Ende, unter dem sich das findet. Das große Ganze ist, glaube ich, einfach, dass es keine Regeln gibt, sondern man sich einfach austoben kann, ne? Also Rap judget an sich einfach nicht, sondern du kannst dir die Einflüsse nehmen, die dich inspirieren und die in dieses Rap-Medium packen und damit das machen, was du willst. Dieses gewisse Maß an Selbstermächtigung, die Demokratisierung der Mittel, so, es ist nicht schwer, Rap zu machen, so, du kannst dir ein Beat bei YouTube runterladen, den bei dir bei Audition oder was weiß ich was reinziehen und dann kannst du dir noch ein halbwegs gutes Mic nehmen, so wie wir das jetzt haben, dann kannst du halt irgendwelche Zeilen schreiben und auf dem Beat Mars rappen. Das ist, also demokratischer wird es kaum, also du kannst noch super Gitarre spielen, kann ich zum Beispiel nicht, man muss kein Instrument spielen, um Rap zu machen, so, ne? Man zieht sich ein Beat und schreibt das auf, was einen bewegt und versucht sich darüber auszudrücken. Also ich glaube, diese Demokratisierung der Mittel, die Vielfältigkeit und diese Grenzenlosigkeit oder Selbstermächtigung, ich glaube, das ist das, worüber man, was so als Dach darüber steht, für mich jedenfalls, was Hip-Hop-Kultur ist. Das ist sicherlich für jeden auch anders, aber das macht es für mich aus. Ja, was mich eigentlich schon immer beschäftigt oder seit einer ganzen Weile beschäftigt ist, inwieweit Rap überhaupt noch politisch ist. Also wir hatten auch mal im Podcast, in Folge 17 war das, die Diskussion, inwieweit Rap überhaupt noch diese Werte von früher, also Hip-Hop irgendwie aus der Bronx, was auf Missstände aufmerksam machen und so weiter, inwieweit die heutzutage überhaupt noch eine Rolle spielen und inwieweit es vielleicht einfach nur noch um Selbstdarstellung geht, ja, und um dieses Gangster-Klischee vielleicht zu erfüllen. Ja, vielleicht kannst du da einmal sagen, was du darüber denkst. Also vielleicht eine Sache, die ich vielleicht doch schon mal irgendwie vorher versucht habe anzudeuten, ist halt, Rap ist halt kein, es gibt kein, das ist Rap, so, das Rap ist ein Medium, an dem sich Menschen bedienen, um irgendwas auszudrücken. So, das ist einfach, es ist eine Musikrichtung, damit kannst du, die kannst du hier nehmen, das ist eben auch Hip-Hop, du kannst dir die nehmen und machen, was du willst. Du kannst da eine Country-Gitarre drunter spielen, du kannst da Techno-Elemente reinbauen, was weiß ich, was du damit machen willst, auf musikalischer Perspektive. Inhaltlich gesehen, kannst du damit natürlich auch machen, was du willst. Ich sehe das, was ihr auch seht, wenn man sich jetzt einfach mal so die Charts anguckt, ne, und wenn man einfach mal an die Spitze der Charts guckt, dann sind das Tracks so, die sind vom Inhalt her, ich sag mal, aus meiner Perspektive nur natürlich irgendwie irrelevant, so, ne, also die sprechen keine Missstände an, da geht's um Selbsterstellung, da geht's um die, ähm, da geht's um die neueste, teuerste Uhr momentan, übrigens sehr beliebt, Richard Millie, oder Mill, glaube ich irgendwie, als oder, äh, die immer in irgendwelchen, die sich halt ja andauernd in irgendwelchen Texten, oder der neueste Lambo, oder die neuesten Schuhe, was weiß ich, worum es geht, so, ne, oder der Ice Out Ring am Pinky, ähm, sowas, aber, es gibt natürlich auch genau den Rap, der halt auf Mischstände aufmerksam macht, der Themen behandelt, ähm, das ist leider, aus meiner Perspektive, nur halt der Rap, der nicht dieselbe Sichtbarkeit kriegt, wie der, der auf Selbsterstellung aus ist, das hat anscheinend irgendwie seine Gründe, das ist mittlerweile fest verankert, wenn man sich die Top 30 der Charts anguckt, dann sind das eher Songs, die halt keine Missstände aufdecken, oder die das ansprechen, es gibt diese Songs aber, zuhauf, es gibt sie, also nicht ohne Ende, weil davon kann es nie genug geben, aber es gibt sie wirklich sehr, sehr viel, es ist, kommt halt immer drauf an, in welcher Bubble man sich eben dem Rap bewegt, und in welchem Genre, ne, es gibt eben Leute, die vermeiden bewusst diesen politisierenden Rap, gleichzeitig muss aber auch nicht jeder Rapper politisch sein, also nicht jede Kunstfigur muss automatisch ein Politikum sein, sondern meistens wird sie von Außen, von Journalistinnen auch oftmals dazu gemacht, so, ne, durch ihr Verhalten oder sonst was, das haben diese aber niemals intendiert, also das wollten die gar nicht so, aber es gibt eben genauso die Rapper und Rapperin, die sich halt bewusst zu politischen Themen äußern, die darauf aufmerksam machen, ganz vorne dabei für mich immer eine Nura, ehemalig Sixten, die immer versucht, Sachen aufmerksam zu machen, auf Sachen aufmerksam zu machen, und viel auch im, viel auch auf Rassismus oder Alltagsrassismus hinweist, das gibt's zuhauf, und Nura ist nun mal auch einfach eine chartrelevante Künstlerin, das kann man nicht, kann man nicht verleugnen, das gibt's auch, momentan ist halt viel Selbstdarstellung, das sehe ich, aber wichtig ist einfach für mich, glaube ich, nur die Botschaft, die sich heute hoffentlich so ein bisschen durchziehen soll, es gibt kein, das ist Rap, sondern es gibt so, Rap kann so unterschiedlich sein, ist auch so unterschiedlich, es ist nicht nur politisch, es ist nicht nur selbstdarstellerisch, selbstdarstellerisch, die Wahrheit liegt wie immer irgendwie dazwischen, kommt eben drauf an, was man selber konsumieren möchte. Du hast ja auch gesagt, dass ihr eine große Verantwortung habt mit eurem Instagram-Account, und da frage ich mich, habt ihr das denn manchmal so im Hinterkopf, dass ihr denkt, ah, okay, wir wollen vielleicht jetzt doch mal politischerem Rap mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wenn ich jetzt auf eure Highlights so durchgehe, dann sind da Haftbefehl, Nemo, und die üblichen Verdächtigen, sage ich mal so, habt ihr das im Hinterkopf? Und kannst du vielleicht auch was empfehlen, wenn du sagst, es gibt so viele Sachen? Also schau dir unsere Highlights ein, und da siehst du einen Haftbefehl, den ich jetzt nicht als unpolitisch bezeichnen würde, der in dem Video zu Conan Ixenia, der hat ja praktisch bebildert, ist auch immer spannend, in den Musikvideos, da gibt es eine Szene, wo ganz viele Richter aufgelistet sind, wo das rechte Auge zugehalten ist, also Richter auf dem rechten Auge blind und so weiter, also ein Haftbefehl ist nicht unpolitisch, und wird immer aufgemacht, das ist aber nochmal eine ganz andere Subdiskussion, ich versuche das nochmal, ich versuche es nochmal abzukürzen, ein Haftbefehl hat auch seine politischen Botschaften, auch wenn er sich selber nicht zum Politikum macht, und auch sehr, sehr, finde ich, politische Botschaften, die man auf jeden Fall unterstützen sollte, und der ist halt für viele, vor allem aus diesem Milieu, aus dem er kommt, halt so eine Ikone. Ich möchte aber auch, wenn wir jetzt über unseren Instagram-Account reden, wenn du dich da mal durchgeklickt hast, dann gibt, wir haben auch solche Posts, wo wir Zitate bringen, wo wir Künstlerinnen eine Sichtbarkeit geben, die halt sich auch irgendwie, die sich äußern, und das machen wir auch jetzt, vor allem in letzter Zeit, sehr, sehr politisch zum Teil, hier haben wir zum Beispiel unser letzter Punchline-Post, war von Massiv und Manuelsen, die gesagt haben, durch unsere Adeln fließt der ein und selbe Schmerz, doch verlieren tut man alles, wenn man eine Fahne verehrt. Weiter unten hatten wir eine Nura, die nämlich genau sich auch dazu geäußert hat, in ihrem Track, muss ich es sonst vielleicht gleich nochmal nachreichen, oder gleich nochmal explizit raussuchen, oder einfach, wo es auch, wo einfach auch anderen sozialen Milieus, oder wo Rapper einfach für eine gewisse Generation auch an Menschen stehen, ja, die sie einfach verkörpern, womit man sich identifiziert. Wenn ich jetzt noch was, wenn ich jetzt noch was empfehlen möchte, guckt man sich an einen, einen You see You, der sich immer sehr, sehr politisch äußert, mit dem ich selber auch mal ein Interview geführt habe, der sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema toxische Maskulinität auseinandersetzt. Wenn man sich mal anschaut, ein Casper, der sich auch schon mehrfach offen in seinen Texten gegen Homophobie ausgesprochen hat, als, als eine der wenigen Beispiele. Es gibt, wie gesagt, Massiv-Manuelsen, die sich halt auch viel mit sowas auseinandersetzen. Zu Hauf kann man da echt Künstlerinnen finden, die die politische Botschaften aussenden. Ein Pimpf, finde ich, ehemaliger Battle-Rapper, auch ein guter Freund von mir, der sich sehr, sehr gut äußert. Hier zum Beispiel habe ich das Zitat von Nuva, die sagt, meine Hautfarbe bleibt trennt, bis du das Blaulicht siehst und rennst. Das geht immer viel um Blackfacing, dass sich viele immer so Black-Culture aneignen, bis dann irgendwie tatsächlich, oder bis sie tatsächlich wirklich erfahren, was Black-Culture eben auch ausmacht, nämlich Racial Profiling oder Polizeigewalt, rassistisch motivierte. Und das sind halt auch Zeilen, denen wir Sichtbarkeit geben, so mit unserer Reichweite, wo wir versuchen, die zu pushen. Aber was eben auch ist, auf Level, das bin nicht ich, sondern es ist halt die Community, die wir repräsentieren, was die gerne hören. Wenn es jetzt um meinen Musikgeschmack geht, dann würde die Seite anders aussehen. Aber das bin ich nicht, weil diese Playlist besteht nicht aus mir und nicht aus Amazon Music, nicht komplett, sondern aus dem, was unsere Community fordert. Die tragen Sachen an uns heran, wir wissen, was die hören, wir sehen, was die hören und das ist letztlich das, was auf Level auszeichnet oder was auch Social Media auszeichnet. Also es geht nicht um mich, sondern um die Community, die wir da abbilden wollen, die wir darstellen und auf deren Bedürfnisse wie eingehen. Natürlich können wir an der Einwahlstelle Hebel setzen, können wir Stellschrauben drehen und Sachen mehr Sichtbarkeit geben, die wir für wichtig erachten, aber das geht eben nicht komplett, weil ohne die Community, die wir haben, wäre unser Account auch nicht der, der ist, muss man auch sagen. Also die 250.000 oder 270.000 Abonnenten jetzt fast, die haben ja, die sind ja letztlich das, was den Account auszeichnet. Deswegen ist das, was die halt sehen wollen, genauso Teil dessen, wie wir Stellschrauben drehen wollen oder wem wir platzieren wollen, wem wir Sichtbarkeit geben wollen. Das gehört alles dazu. Die Antwort ist oftmals komplexer als tatsächlich, als was man vielleicht im ersten Moment dahinter vermutet. Ist ja auch ein Klischee irgendwie, dass man sagt, ja Hip-Hop ist heutzutage nicht mehr so. Richtig. Und das ist irgendwie schön, da kannst du jetzt ein paar gute Gegenbeispiele geben. Ein Shoutout noch an den Rapper Goldroger, heftigster Rapper. Also der gibt politische Botschaften en masse und sonst was den liebt. Der hat viel zu wenig Sichtbarkeit, meiner Meinung nach. Dicke Shoutout. Das war mein erstes Debut, was ich jemals führen durfte für einen Podcast. War direkt ein Traum für mich in Erfüllung. Ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Sehr, sehr, sehr cooler politischer Rap. Gönnt euch das auf jeden Fall. Hat noch zu wenig Sichtbarkeit. Okay, dann kommen wir mal zu einem anderen Aspekt der Community. Viele Rapper im deutschsprachigen Raum haben ja, sei es jetzt ein Migrationshintergrund oder sind einfach Ausländer an sich. Davon gibt es ja einige, also Casey Rebel, Haftbefehl, Mero und so weiter. Teilweise verkörpern sie ja oder wollen, wollen das verkörpern, dieses Klischee oder diesen Stereotypen, den man hat von einem Ausländer wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich das. Meinst du, ob das Rap vielleicht manche Menschen daran hindern kann, sich zu integrieren oder ob es eher bei der Integration sogar behilflich sein kann? Da fällt es halt aus meiner Perspektive insgesamt so ein bisschen schwer heraus zu argumentieren, weil ich bin halt privilegierter, weißer Cis-Mann so. Aber ich habe einfach auch viele, wenn man sich so im Hip-Hop-Journalist in den Game einfach mal umschaut, da gibt es viele Texte, die ich auch mal sehr, sehr gerne lese von Journalisten wie Salva Holmes, die dicke Shoutout, Helene Fares, Miriam Davut-Wandi, die alle einen Migrationshintergrund haben oder auch Steph, Moderatoren bei 16 Bars, die sich in diesem Hip-Hop-Game wiederfinden und die öfter einfach dazu sich äußern oder dazu Texte geschrieben haben. Und das ist einfach vielleicht auch was, was ich an dieser Stelle einfach mal rezitieren möchte, weil ich aus meiner Perspektive heraus kann ich das schwer verargumentieren. Aber Miriam Davut-Wandi zum Beispiel hat als Haftbefehl 2020 nach sechs Jahren mit einem neuen Album rausgekommen ist mit das weiße Album. Haftbefehl wird oftmals dafür kritisiert, dass er halt sexistische Bilder verbreitet, also sexistische Wortbilder zeichnet, meine ich in diesem Feld. In diesem Bereich ein unglaublicher Gebrauch an Schimpfwörtern oder Misogyn-Schimpfwörtern auch und sonst was, was weiß ich. Aber Miriam Davut-Wandi, die natürlich auch sich damit konfrontiert sieht, die in ihren Storys immer Haftbefehl gepusht hat, den immer geteilt hat, obwohl er teils ja wirklich so Schimpfworte benutzt, die frauenverachtend sind, die sich nämlich auch genau in dieser Widersprüchlichkeit wiedergefunden hat. Die hat gesagt, ja, ich habe früher Hip-Hop gehört und da war Haftbefehl gerade Mitte 20, aber er war halt so was wie ein Idol für mich. Also er war diese Zero-to-Hero-Story. Der war am Boden, der kommt als, ich glaube, Kind von kurdischen GastarbeiterInnen, die nach Deutschland gekommen sind, kommt er nach Deutschland und arbeitet sich hier hoch und ist jetzt mittlerweile irgendwie der King von Frankfurt am Main. Und die sieht sich halt auch genau mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert. Sie hat immer zu ihm aufgeschaut, der hat es irgendwie geschafft, das ist einer von uns, der verkörpert ein gewisses, was ihr auch gesagt habt, ein gewisses Klientel, was er einfach eins zu eins wiedergibt und wo sich halt viele wiedersehen können. Deswegen ist er für viele Frankfurter Kids, die vielleicht in, ich mag dieses Wort nicht, aber ich glaube, das beschreibt es am besten in gewissen unteren sozialen Schichten vielleicht unterwegs sind, die vielleicht auf der Straße ticken, weil sie keinen anderen Ausweg haben, ist er halt so was wie eine Ikone und einfach so ein Leuchtturm, an dem sich alle orientieren können. Und Annemiriam Davut-Wandi hat zum Beispiel, und da würde ich einfach mal gerne ihren Text aus der Zeit, nee, aus dem Spiegel zitieren, da hat sie geschrieben, wird von einer weiblichen Autorin erwartet, dass sie auf Haftbefehl sexistische Ausdrücke hinweist? Natürlich. Die Illusion eines politisch korrekten Rappers muss platzen, es ist aber falsch, vom Aslak-Rapper aus Offenbach die Sensibilität eines Gender-Study-Studenten zu erwarten. Fällt es mir jedes Mal auf, wenn er, ich sage das nicht, ich stelle das explizite Wort, Triggerwarnung, sagt, ja, stört es mich? Jein. Ich würde mir wünschen, es ging auch ohne, ist das, was er gibt, deutlich mehr als das, was stört, auf jeden Fall. Empowerment muss nicht per se politisch korrekt sein, in seinen Worten, er ist vermutlich ein Engel im Herz, Teufel im Kopf. Und ich glaube, das beschreibt eigentlich ziemlich gut dieses Dilemma, womit sich auch viele Rap-Freunde, Freundinnen und ich mich selber auch konfrontiert sehe. Und das hat sie aus ihrer Perspektive, Frau mit Migrations-Tagrunden nach Deutschland gekommen, Hip-Hop-Journalistin, die sich in diesen Kosmos orientiert, sehr gut auf den Punkt gebracht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe hier richtig vor mich hin doziert. Sehr interessant, ja. Ja, dann gehen wir einmal jetzt in die kurze Pause. Wir trinken ein Glas Wasser, wir chatten mit dem Chat im Livestream und sehen uns dann in einer Minute wieder. Und da sind wir aus der Pause zurückgekehrt. Haben ein bisschen gequatscht und gelacht in der Pause. Und jetzt geht es weiter mit Hip-Hop, ohne im Spezifischen, wie Hip-Hop mit LGBTQ in Verbindung steht heutzutage, was da vielleicht für Konflikte möglicherweise entstehen. Die erste Frage, die man sich da immer stellt, ist gleich bezüglich der Werte. Die Rap und eben Hip-Hop so vermitteln möglicherweise in Zusammenhang mit Sexismus. Da kann man sich jetzt fragen, hat Rap ein Problem mit Sexismus? Ich gebe mal zum Anfang, vielleicht zur Beantwortung dieser Frage, mal die Frage an euch zurück. Was ist denn für euch ein Wert von Hip-Hop? Also was glaubt ihr, was für euch einfach was, was konsequent bei Hip-Hop mitschwingt, wenn ihr es mal auf so einen Nenner runterbrechen müsstet? Würde mich mal interessieren, vielleicht habe ich ein ganz anderes Wertebild von Hip-Hop, als ihr das vielleicht habt. Da hast du uns ertappt. Oder mich zumindest. Also ich kann ja mal anfangen, dadurch, dass ich in Hip-Hop nicht so drin bin und das nur so mitbekommen von meinem Bruder, der halt viel von diesem Anfangs-Hip-Hop gehört hat, also so King Orgasmus und Boogie und sowas, sind für mich die Werte eigentlich ziemlich negativ. Also für mich sind es ziemlich negative Werte. Eben halt Sexismus und Gewaltverherrlichung und so weiter und so fort. Aber mir ist auch klar, dass das nicht unbedingt mehr zeitgemäß sein muss beziehungsweise, dass das auch gar nicht unbedingt stimmen muss. Aber das ist das, was ich damit assoziiere. Ich glaube, für mich ist es so übergeordnet, dieser Begriff Materialismus. Also, dass man Objekte und Dinge besitzen will. Also vor allem besitzen, besitzen, besitzen und am besten mehr haben als alle anderen. Und wenn es nur um Autos gehen würde, okay, aber viele Rapper, glaube ich, verwechseln dann das Auto mal irgendwie mit der einen oder anderen Frau und ich glaube, ab dem Moment wird es dann, glaube ich, problematisch. Aber ich glaube, das Grundproblem ist jetzt nicht Sexismus, so wie ich das sehe, sondern eher dieses Grundphänomen, dass man mehr haben will als andere und dass es sozusagen vielleicht diese eine Musikrichtung gibt, die es einem erlaubt, das auch auszusprechen. Weil wenn ich jetzt mit meinen Freunden sage, ey, ich habe diese neue Uhr und du hast die nicht oder so, dann werden die mich nicht mögen. Aber im Rap kann man das machen und man ist cool damit. Genau, was ich damit verbinde, ist tatsächlich viel mehr das Gefühl, das man bekommt. Klar, also ich würde auch sagen, es gibt manche Aspekte, die eben sexistisch möglicherweise sind. Und wo man sich auch manchmal fragen kann, okay, Texte sind vielleicht auch ein bisschen oft mit viel Gewalt. Aber für mich macht das Rap per se nicht aus. Vielmehr ist halt einfach das Gefühl, mächtig zu sein so ein bisschen, einfach selbstbewusst zu sein, sich gut zu fühlen, auf die Welt zu blicken mit einer sehr, sehr positiven Perspektive und eben vom Wegen, ich schaffe das, ich komme voran, ich habe Sachen gemacht, auf die ich stolz sein kann. Das ist eine schöne, optimistische Auslegung. Interesting, interesting. Vielleicht nochmal diesen Anfangsgedanken, den ich mal hatte oder den ich mal geäußert habe, nochmal aufgegriffen. Rap ist halt für mich ein Medium, an dem sich Leute bedienen. Und meiner Meinung nach kriegen vielleicht jetzt gerade vor allem auch Leute, die dem Medium vielleicht keine coole Facette mitkriegen, kriegen gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Aber trotzdem hängt es ja auch immer von einem selber ab, was man konsumiert und was nicht. Also es geht immer darum, die Leute bedienen sich des Mediums und drücken damit etwas aus. Für mich hat Rap so ein paar Kernwerte. Das ist zum einen eben dieses Vielfältige, was ich gesagt habe. Vielfalt jetzt nicht unbedingt direkt im Sinne von Regenbogenflaggen und sonst was, sondern du kannst damit machen, was du willst. So LGBTQ ist jetzt nicht verankert im Rap oder sonst was. Aber diese Vielfalt im sich ausprobieren, experimentieren, Einflüsse dort reinsetzen, einfach grenzenlos sich promovieren können. Es gibt sogar teils Schlager-eske Hooks im Rap. Es gibt sogar Kollaborationen von Oleg Sesch und dieser Einschlagersängerin Mai heißt die, Vanessa Mai oder sowas. Also du kannst halt alles machen. Es ist nichts verboten. Das ist für mich so eine Sache. Dann die Demokratisierung der Produktionsmittel. Es ist halt einfach zu machen. Also es kann auch wirklich jeder machen und sich darüber ausdrücken. Und das andere, was finde ich vielleicht noch ein bisschen an den Ursprung des Raps zurückgeht, ich habe ja gerade schon in der Pause erzählt, ich bin jetzt kein Nostalgiker, auch kein Rap-Nostalgiker oder Historiker, aber es geht auch viel um Selbstermächtigung. Also das merkt man, finde ich jetzt auch vor allem an dieser Female-MC-Richtung, dass Frauen sich auch immer mehr versuchen selber zu sexualisieren, dass das nicht immer nur so den Männern überlassen wird oder sonst was, sondern dass man sich selbst ermächtigt. Wenn man irgendwas will, dann nimmt man sich das auch. Und das ist zum Beispiel auch ein Wert, den ich sehr, sehr stark auch mit der LGBTQI-Plus-Community verknüpfe, die seit Jahrhunderten oder seit Jahrzehnten dafür kämpfen, gewisse Dinge zu erreichen und da jetzt auch immer weiter meiner Meinung nach vorankommen, natürlich nicht überall gleich, aber das sind Werte, die ich damit assoziiere und die ich auch in der LGBTQI-Plus-Community durchaus verorten würde. Bezüglich der Frage nochmal wegen dem Sexismus bei Samara, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, da gibt es ja jetzt aktuell eben auch Vergewaltigungsvorwürfe und da hat sich ja auch ganz klar gezeigt, dass zum Beispiel Universal gesagt hat, sie legen die Zusammenarbeit auf Eis. Ja, aber was sagst du dazu? Oder würdest du sagen, es gibt vielleicht eine Entwicklung mehr dahin oder es gibt vielleicht eine entgegensetzende Entwicklung und das fällt mehr auf und es wird mehr und mehr zum Beispiel kritisiert, zum Beispiel indem Universal eben den Vertrag erstmal auf Eis legt? Ja, also ich finde schon, dass es eine neue Wokeness gibt. Also es ist eine Zeit lang hat sich das, finde ich, im Rap so hochgeschaukelt. Es ging immer darum, okay, wer hat die krasseren Vergleiche, also jetzt mal bezogen auf Frauen und Objektifizierung und wirklich teils Gewalt an Drogen. Also eine Zeit lang hat es sich wirklich hochgeschaukelt, so wer ist krasser, wer droppt die krassere Line und ihr wisst, was ich meine. Und das hat sich so weit immer hochgeschaukelt, irgendwann musste halt das platzen und das ist jetzt geplatzt und da gibt es wirklich eine jetzt Riesenbewegung. Es gibt jetzt eine eigene Instagram-Seite, die heißt Deutschrapmetoo, an dieser Stelle auch Shoutout. Einfach mal folgend da mal vorbeischauen. Rap und sexualisierte Gewalt wird da, glaube ich, gut drüber aufgeklärt und die haben eine gute Sichtbarkeit geschaffen. Und Samra ist natürlich wahrscheinlich einfach nur die Spitze des Eisbergs. Also muss man natürlich jetzt auch mal Mutmaßungen anstellen, aber da sind jetzt auch viele weitere Vorwürfe hochgekocht. Das ist aber kein, Deutschland ist ja jetzt nicht Vorreiter oder sowas. Es gab es im letzten oder vorletzten Jahr auch mit dem Rapper Octavian in UK, der auch von seinem Label gedroppt wurde. Das ist so der Ausdruck, das sagt man, wenn der Vertrag auf Eis gelegt wird. Man wird von seinem Label gedroppt, weil über ihn auch Vergewaltigungsvorwürfe im Raum standen oder ich glaube sogar, dass er seine Freundin geschlagen hat, sowas in die Richtung stand im Raum. Solange das nicht geklärt war, wurde er halt von seinem Label gedroppt. Und das ist schon früher passiert. Und in Deutschland hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Es ging immer krasser, krasser, krasser. Aber jetzt zum Beispiel diese Samra-Sache zieht jetzt auch schon weitere Kreise. Also es hat sich tatsächlich insofern schon etwas verändert, als dass sich ein Nemo, ich weiß nicht, ob ihr sein Statement gelesen habt, habt, der sich ja auch wirklich viel durch solche Sachen ja ausgezeichnet hat. So irgendwie durch so sexistische Lines, weil ich jetzt auch nur für mich sprechen kann, wenn man den kennenlernt, der ist halt irgendwie so komplett anders. Also der ist wirklich so eigentlich total humble, freundlich, höflich. Aber das eine soll das andere ja nicht ausschließen. Aber er hat jetzt auch in einem Statement angekündigt, seine komplette Herangehensweise und seine Kunst zu überdenken. Und dass er jetzt auch, er hatte eine Woche danach, nach dieser Samra-Sache geschehen, das hat er halt einen Song veröffentlicht, der wirklich auf einer textlichen Ebene wirklich noch Frauenverachtender und Misogyn und was weiß ich was war. Als Konsequenz daraus, selbes Label, auch Universal, genau wie bei Samra. Die haben einen Tag später den Track offline genommen, obwohl die halt eine safe, das war eine safe Einkommensquelle. Droppt niemand einen Track, dann wird er halt millionenfach gestreamt und es ist ein safees Einkommen. Und die haben ihn trotzdem runtergenommen, was man dann, finde ich, dann auch erstmal die Einsicht erstmal zugute halten muss. Natürlich, dass der Track überhaupt durchgegangen ist durchs Label und veröffentlicht wurde, das kann man dann nochmal ganz anders bewerten. Oder bewerte ich auch als Individuum anders. Aber wenn man jetzt einen Nimo sieht, der hat dieses Statement abgegeben, er will seine Kunst jetzt ganz neu denken, dann messe ich ihn jetzt auch bei seinem nächsten Release daran. Also dann gucke ich jetzt, dass er das beim nächsten Release, ich höre es mir an und messe ihn daran, dass er das auch wirklich umsetzt, was er gesagt hat. Ja, deswegen habe ich schon das Gefühl, das sich momentan viel bewegt. Ja, es ist halt die Frage, ob diese Werte wirklich einsickern in die Community oder ob dann nicht vor allem bei den Künstlern eher wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen, wenn so ein Track runtergenommen wird. Also besonders bei Nimo habe ich mich das gefragt, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich hat er einfach Angst, dass ihn jetzt als nächstes der Shitstorm trifft oder Universal Angst hat, dass die eigentlich gerade einen Track promoten, wo irgendwie, ja, also der Sepp irgendwie ziemlich problematisch eigentlich war und währenddessen gleichzeitig legen die Wehen auf Eis, weil da solche Vorwürfe gegen den da sind. Und das ist irgendwie auch so eine Doppelmoral. Vielleicht nochmal die Gegenfrage an dich, was wäre denn sonst vielleicht aus deiner Perspektive die richtige Option gewesen? Den Track halt wahrscheinlich gar nicht erst zu veröffentlichen, also den kommt, dass der gar nicht durchs Label geht, klar. Aber ich finde, da muss man ja trotzdem noch die Chance geben, irgendwie drauf zu reagieren. Und wie gesagt, ich nehme das jetzt, ich nehme das jetzt nicht so komplett ab oder lasse das einfach so stehen. Ich warte jetzt auf den nächsten Nimo-Track und versuche ihn dann daran einfach zu bemessen, ob er sich auch wirklich dran hält. Klar stehen da auch immer wirtschaftliche Interessen. Der Universal hat gesehen, wie schnell den so ein Ding um die Ohren fliegen kann im Internet, total. Aber ja, vor allem bei Nimo bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich denke mal auf jeden Fall, das war die richtige Reaktion, dann jetzt runterzunehmen. Ich finde es nur interessant, wenn man in diesen Prozess reingeht, dann merkt man an ganz vielen Stellen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass diese wirtschaftlichen Interessen meistens diese, ich würde jetzt mal humanistische Werte, wie auch immer man es formulieren will, dass die wichtiger sind, die finanziellen Sachen und die wirtschaftlichen. Und das finde ich einfach schade. Und ich finde das für mich so ein klassischer Moment, der es einfach nur zeigt und weiß nicht, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber natürlich muss man beim nächsten Nimo Release wahrscheinlich einfach drauf warten und gucken, ob sich da vielleicht wirklich was verändert. Also ich würde es mir wünschen. Ich habe das Gefühl, Nimo hat von seinem ersten Album an eine sehr starke Entwicklung eigentlich gemacht und auch total viele Facetten dazugewonnen von diesem Drogen, Gangster, Rap, der irgendwie total lost ist irgendwie hin zu jemandem, der auch irgendwie ein bisschen, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr Selbstachtung hat. Ich formuliere es mal so. Du meintest ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob es in der Pause war oder in der ersten Hälfte, aber du hast auf jeden Fall erwähnt, dass wenn du den Instagram-Account leiten würdest, dann wären da vielleicht ganz andere Songs. Und dann würde ich auch mal genau da nochmal nachhaken und fragen, gibt es denn Musik oder Rapper, die du dir ganz bewusst nicht anhörst, weil du irgendwie das Gefühl hast, okay, die sollte man sich nicht anhören. Also vielleicht jetzt nicht aus dem Rap-Bereich, aber so für manche Menschen ist es ja zum Beispiel Michael Jackson so jemand. Oder für manche Menschen in Deutschland wäre es zum Beispiel irgendwie Kollegah mit seinen Verschwörungstheorien und dieser Entwicklung, die er da teilweise gemacht hat. Oder eine Loredana, die mit ihrem Abzockskandal. Oder auch, wenn man nach Amerika schaut, mit Y.N.W. Nelly, der einfach ja einen Song über das Morden oder über das Ermorden gemacht hat und dann genau dafür verurteilt wurde. Und irgendwie ist so die Frage, wo hört diese Kunstfigur auf? Was sollten wir uns da eigentlich anhören und was hörst du dir an? Also wenn ich den Amazon-Kanal so komplett machen würde, wie ich das wollte, dann sähe er wahrscheinlich auch sie in meinem Kanal. Ich habe ja auch jeden Sonntag so eine Rubrik, wo ich halt meine Songs auf The Big teile und da werdet ihr niemals irgendwas finden, was oder einen Song zumindest findet, der halt so krass sexistisch oder misogyne oder worüber oder ableistisch oder homophob oder sonst was. Also das ist halt die Musik, die ich höre. Wie gesagt, bei Amazon ist das noch was anderes, weil es gibt eine Community-Gedanken. Da zählt nicht nur mein Blick darauf, auf die Musik, sondern es sind viele verschiedene Geschmäcker und Rap hat wie gesagt auch für vieles Platz und ohne unsere Community wären wir auch nicht da, wo wir sind. Ich persönlich höre zum Beispiel keinen 187 mehr, also das habe ich auch früher nicht gehört, was aber wiederum auch nicht so ganz, nicht so ganz stringent ist, weil diese, die Jungs aus Hamburg, die Straßenrapper, haben ein ganzes Genre geprägt. So dieses Palm-aus-Plastik-Album, wo sie diese französischen Einflüsse von Afro-Trap irgendwie mit eingebracht haben, das ist einfach, hat die Szene seit, wann kam das Album raus? 2014, 2015, 2016, weiß ich gerade gar nicht. Das hat die Szene seitdem geprägt wie kaum ein anderes Album zuvor, so im Deutsch-Rip-Game. Da zeichnen sich viele, viele Züge drauf ab und das ist eben in gewisser Weise und auch viele gute Züge, die rausgekommen sind, musikalisch jetzt gesehen, das muss man den Jungs an dieser Stelle dann auch vielleicht zugute halten, dass sie es geschafft haben, diesen Sound irgendwie nach Deutschland zu bringen. Andererseits zum Beispiel ein Luciano, der diesen amerikanischen oder diesen UK-Drill-Sound nach Deutschland gebracht hat und den so rübergebracht hat. Ein Crow, der so Kanye-inspiriert ist, er hat selber auf dem Track mal gesagt, ich bin der deutsche Kanye West, nur nicht ganz so arrogant, bin eher so sympathisch nett. Natürlich kann man auch mal einordnen und sowas, aber es geht darum, wie Musiker und Musikerinnen auch musikalisch irgendwie so eine Szene bringen und ich persönlich kann mir 187 nicht anhören, einen Jizzes, der schon wegen sexueller Belästigung auf Festivals angezeigt und verurteilt wurde, das kann ich mir nicht geben. Auf der anderen Seite wiederum hat er einen Song mit Trettmann, der heißt Knöcheltief und dieser Song ist musikalisch einfach so gut. Der hat auch meinen Sommer, als der rauskam, weil der ist so krass geprägt, deswegen man lebt als Rapper immer so ein bisschen mit seinen Widersprüchlichkeiten, aber das ist so eine von den Sachen, die ich halt irgendwie mir niemals privat in eine Playlist packen würde von Jungs, weil ich es mir einfach nicht geben kann, so als ein Beispiel vielleicht. Ja, ich glaube, es wird halt besonders extrem eben bei solchen Menschen wie YNW Nelly einfach mit Murder on my Mind, wo man sich so denkt, ich meine, ich habe den Song damals auch angehört und dachte so, ja, cool, so irgendwie interessant, wirklich mal so einer, der so tal über die Stränge schlägt, als er noch nicht verurteilt wurde. True, absolut. Es gibt super problematische Texte im Rap, also auch zum Teil so diese Texte, das ging ja auch letztes Jahr mal viral, hieß das Deutschrap Stummschalten, weiß ich gerade nicht, wo auch so ein Text vom Finch asozial mit irgendwas mit Glasscherben war da, glaube ich, irgendwie, es gibt super verwerfliche und problematische und schwierige Textzeilen im Deutschrap Game und damit muss auch einfach irgendwie Schluss sein. Ich hoffe, dass das jetzt, dass vielleicht diese Sammler-Geschichte irgendwie ein Anstoß war, dass Leute überdenken, was sie für Kunst machen oder was die einfach auch aussagen. Ich hoffe einfach mal, dass das halt als Ansporn genommen wird, da nochmal drüber nachzudenken, wie man an Kunst rangeht. Das leidet dann eigentlich auch ganz gut über zu, ja, inwiefern die LGBT-Community im Hip-Hop vertreten ist, also im Deutschrap. Ja, Niklas, gibt es denn LGBT-Rap überhaupt? Ist das ein Genre? Worüber wird denn da gerappt konkret? Wenn es das Genre gibt? Ich würde es halt, ich würde es halt nicht so als Genre bezeichnen, sondern tatsächlich, wie gesagt, wieder Rapper und Rapperinnen, die sich dieses Medium-Rap nehmen und darauf eben die Texte oder die Zeilen packen, die für sie wichtig sind, die ihre Lebensrealität abbilden. Da muss man immer unterscheiden zwischen so Queer-Allyship und die Leute, die tatsächlich irgendwie zur Community gehören und aus ihrer Perspektive rappen. Allyship finde ich, das kann man echt schon bei so großen Rappern finden wie Materia oder Casper. Materia zum Beispiel das mal ganz konkret auf OMG oder OMG, da singt er ja fahr mit einem eigenen Wagen über diesen CSD, schmeiß Gummis in die Mengen und schrei Gay OK. Oder auf dem Song, ich glaube es ist auf dem ersten zum Glück in die Zukunft Album gibt es einen Song, der heißt Amy's Weinhaus. Müsst ihr euch mal anhören. Also der ist mir früher nie so aufgefallen, aber singt er auch über so einen Jungen, der als Kind lieber Ballett macht, also so antistereotypisch und der tatsächlich dann auch auf Jungen steht und wie das den Vater runterzieht, aber Materia sagt dann so von wegen, du hast nur einen Job, so dein Kind zu lieben, wie es ist und was weiß ich was. Da geht das schon los in so frühen Zeiten vielleicht sogar noch früher. Da geht das schon los. Ein Casper, der auf seinem letzten Album Lang lebe der Tod sagt ja auf Lassi gehen, homophobe Rapper labern nur Müll, als ob die Deppen jemand anbaggern wird. So, da geht das schon los bei diesen großen Rappern. Ein Taddel, einer der größten Influencer vielleicht auch meiner Generation, ich habe früher seine ganzen Minecraft-Videos guckt, auch ein super guter Rapper, der auch dieses No-Homo-Wort, was immer noch so en vogue ist irgendwie, nicht en vogue nicht, aber in so gewissen von Leuten einfach verwendet wird, wie er das so kurz und klein macht. Ein Pimpf, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, der auch offen in seiner Instagram-Bio die Regenbogenflagge hat und auch immer für Toleranz einsteht. Da gibt es auch einen Song, der heißt Plattenbrennen, der ist mega gut, zusammen mit MC Smoke, wo er auch genau das behandelt, dieses so als Kind hört man manchmal Sachen oder als Jugendlicher hört man Sachen manchmal so unkritisch, einfach nur, weil man zu gewissen Stars aufblickt. Und dann später hört man diese Platten nochmal und denkt sich, boah, was hast du eigentlich für einen Müll gehört? Früher, ey. Da sagt MC Smoke, ich versuche es mal richtig zu rezitieren, wenn ich jetzt richtig drauf komme, Hätte ich früher schon gewusst, dass er Schwule gern zu Schmutz macht, hätte ich im Schulbus die Mucke nicht gepumpt, Mann. Ja, ich habe den sehr oft gehört, den Song. Plattenbrennen auf jeden Fall ist eine klare Empfehlung. Dann gibt es natürlich so die Leute, die selber zur Community gehören und darüber auch rappen. Das gibt es ganz verschiedene Spektren, so von einer Bad Mums Jade, die sich super en vogue ist gerade. Der Uprising Star ist die offen über Bisexualität rappt meist in einem sehr sexualisierten Kosmos, aber kann ja jeder mit umgehen, wie er möchte. Eine Ebo, die zu ihrer Queerness sehr, sehr viel steht. K.K. ist eine österreichische Rapperin, die hat einen Song, der heißt Ladies, auch sehr, sehr gut. Mavi Phoenix, der erste trans-männliche Rapper aus Österreich, der, oder er macht eigentlich nicht mehr so Rap, das war früher sehr viel Rap auf englischer Sprache, aber jetzt eher so David Bowie-Vibes, halt auch richtig cool. Aber wo man seine Transition von Mavi früher jetzt zu Marlon so miterlebt hat, ihr seht auch im Hintergrund auch wieder YouTube-Excuse, dieses Album von Mavi, Boys Toys, wo er genau diese Transition halt andeutet, super gutes Album. Also es gibt diese Ansätze, by the way auch Voregg gewesen von Caswell Materi auf ihrer Tour, es gibt diese Ansätze, es ist noch sehr, sehr bubblig und das muss einfach noch ein bisschen breiter vertreten werden. Jetzt gehe ich ja auch aus diesem Dozierenmodus wieder raus. Da hast du eigentlich schon ein bisschen was dazu gesagt, aber trotzdem könntest du das nochmal vielleicht ganz klar benennen. Die Werte der LGBTQ-Community und der Rap. Du hast schon gesagt, Rap ist nicht nur das eine, Rap kann alles Mögliche sein und deswegen gibt es eben teilweise, was du jetzt auch schon genannt hast, viele Rapper, die gerade in der heutigen Zeit eben zu dieser Community gehören oder für diese Community in gewisser Weise Musik machen, weil ich finde das halt so schwierig zu sagen, Rap kann alles sein, wenn das so offensichtlich im Widerspruch ist. Ja, vielleicht also spalten sich da nicht so zwei Musikrichtungen auch ein bisschen ab so. Also Rap ist, was ich vielleicht vorhin schon versucht habe anzudeuten, Rap ist halt nur das Medium, dem man sich bedient. Also es gibt halt nicht nur so den Rap, das ist der einzig wahre, alles andere darf sich nicht rappen. Ja, aber es ist auch eine Community, da muss ich auch wirklich mal reinhacken, weil wir reden, du hast es schon dreimal gesagt, dass das nur Medium ist, aber es ist auch eine Community und eine Community, Aber nicht eine. Das zu vereinen, ja genau, also es ist nicht eine Community. Es gibt halt Rap-Hörer und HörerInnen, aber es gibt Leute, die hören, also ob du jetzt einen Casper hörst oder einen Capital Bra, das sind Welten, die lassen sich oftmals musikalisch gar nicht vereinbaren. Also es ist eher so dieser Hype um gewisse Persönlichkeiten im Rap, als dass du dich dem Rap allgemein unterordnest. So Leute, die Mero und wahrscheinlich auch Haftbefehl oder Azad hören, die hören sich kein Casper oder Materia an. Das ist nicht dasselbe. Das kannst du nicht unter eine Community fassen. Es gibt die Rap-Hörer und HörerInnen, na klar, das ist vielleicht der größte Begriff, aber es geht immer darum, mit welchen Künstlern, mit welchem musikalischen Anspruch, mit welcher textlichen Ebene möchtest du dich umgeben oder worauf baust du deine Playlist auf? So ich finde zum Beispiel Rap total boring, der immer dasselbe macht, der einfach replizierend ist. Für mich muss Musik immer irgendwie was Progressives haben, also muss irgendwie weiterdenken, muss das nächste, was ist das nächste Ding? Wir können nicht acht Jahre lang die ganze Zeit Afro-Trap hören, da kann ich es auch irgendwann nicht mehr hören. Was ist das nächste? Dann wird Autotune eingesetzt, dann kommen jetzt diese Driller-Aspekte rein, dann beschäftige ich mich damit. Andere haben darauf keinen Bock und das ist auch in Ordnung. Für die soll einfach Musik immer gleich klingen, die wollen das immer in ihrer Playlist haben, da soll es keine Unterschiede geben, das soll einfach so durchlaufen, das ist genauso fein. Nur für mich, ich habe einfach einen ganz anderen musikalischen Approach. Also es gibt, das was ihr wahrscheinlich jetzt meinen mit, es gibt diese Rap-Community, ist halt diese Community, die sich in diesen ersten 30 Plätzen der Charts irgendwie sammelt. Aber es gibt halt, das ist eine Spitze des Eisbergs, das ist sehr, sehr viel, aber es gibt auch immer noch viel, viel mehr. Also was andere Communities, die sich genau mit sowas eben aus Prinzip teilweise oder auch aus der Vereinbarkeit mit einem selber nicht auseinandersetzen. So eine Salva-Home-See zähle ich auch zur Rap-Community, die boykottiert einfach sieben, so ne, obwohl das wahrscheinlich der größte Hip-Hop-Act des letzten Jahrzehnts ist. Trotzdem hat das eine Hörerschaft, ich weiß gar nicht, was die gerade für monatliche Hörerinnen haben, wahrscheinlich so irgendwie an die paar Millionen, haben jetzt auch gerade das hier ein Album gedroppt, so das kann man nicht miteinander vergleichen. Es gibt einfach unterschiedliche Sachen, mit denen man sich umgeben will. Also irgendwie hört sich das für mich so schon so an, als wenn das, was es dann zusammenhält, doch verschiedene musikalische Einflüsse sind und diese gemeinsame Wurzel, auf die sich vielleicht alle beziehen so und eben diese, was du auch meintest, dass man sich einen Beat runterlädt von YouTube und jeder kann damit anfangen, diese Demokratisierung der Mitte, aber im Endeffekt nutzt jeder die ganz anders und Rap wird irgendwie für mich mehr zu so einem, ja zu einer Hülle eigentlich, so von einem Begriff, so ein bisschen wie Pop eigentlich, da sammelt sich gefühlt alles drunter. Ist auch nicht falsch, also Pop steht ja letztlich auch nur für Popular, ne, also Rap ist die populärste Musikrichtung so in Deutschland oder auch ein Drake, der zum Artist of the Decade gekürt wurde von, war es von Billboard, ich glaube schon so, ist auch Hip-Hop, ist auch Rap so, ne, und ist einfach der Artist des letzten Jahrzehnts, so ist einfach krass, was Hip-Hop da, wie sich das ermächtigt hat und was das für eine einflussreiche Kultur geworden ist und klar, Hip-Hop lebt immer auch von seinen Einflüssen, aber ja, da frage ich mich immer so, was ist für die Leute, was ist für die Leute Rap, weil es natürlich, wie gesagt, da kommen wir wieder zum Ursprung der Diskussion zurück, natürlich gibt es diese materialistischen und sexistischen Strömungen irgendwie, aber das sind eben auch nur einzelne Künstlerinnen, ich finde, dass man nicht von darauf auf eine ganze, auf, oder auf eine, auf eine gesamte Rap-Hörerschaft schließen kann, so, weil ich höre sowas zum Beispiel nicht und ich würde mich als Rap-Hörer bezeichnen. Aber würdest du denn sagen, dass sozusagen, ja, dieser klassische, politische, korrekte Rap, also man diese ganzen materialistischen Sachen, über die wir gesprochen haben, weglassen würde, das wäre ja eine Folge daraus, wenn man wirklich versuchen, politisch korrekten Rap anstreben würde, wäre das überhaupt noch, was Moritz vorhin auch meinte, würde man überhaupt noch diese Gefühle dann kriegen können, dass man sich irgendwie progressiv, mächtig fühlt und so weiter, geht es überhaupt, also ist politisch korrekter Rap nicht langweilig? Ne, finde ich nicht, weil ich finde, es gibt halt auch schon Rap, der politisch korrekt ist, also wie jetzt zum Beispiel von einer Ebo, von einem Goldrötscher, den würde ich jetzt, also der benutzt, ich müsste jetzt überlegen, ob da irgendwie was Problematisches vorkommt, der ist einfach unproblematisch so, ne, ob das politisch korrekt, ich finde ihn unproblematisch so, den kann ich mir ohne Probleme hören, da weiß ich das alles gut, Casper, komplett unproblematisch für mich, ein Materia, für mich auch unproblematisch, kann ich jetzt mir ohne Probleme immer anhören und es ist auf keinen Fall für mich langweilig, so ein Materia, was der zum Beispiel jetzt gerade für neue Musik rausbringt, das ist so progressiv, das denkt so, was ist das nächste Rap, so irgendwie, was ist der nächste Einfluss, der so reinkommt, der bringt halt so Techno-Elemente rein, super spannend und deswegen finde ich nicht, dass politisch korrekter Rap oder unproblematischer Rap direkt langweilig sein muss, er reicht halt nun gerade momentan nicht so viele, wie das anderer Rap tut, der sehr viel auf Materialismus legt, weil man eben damit anscheinend eine gewisse Hörerschaft erreicht, so ne, also das ist dann ganz klassisch irgendwie Abschöpfungsstrategie, so man sieht, dafür gibt es einen Markt, dann macht man dafür Musik, weil man weiß, es wird gestreamt und da machen Leute ihr Hack damit und ihr Para, wenn das deren Anspruch und ihre Kunst ist, I don't judge, dann sollen sie es machen, ich würde es aber nicht so machen. Sollte sich denn diese Community im Rap, also diese LGBT Community, sollte sie sich denn auch so labeln oder sollte, verstehst du, sollte man nicht einfach Musik machen und dieses Produkt denn da stehen lassen als das, was es ist, warum muss man es als, ja, als etwas labeln, in dem Fall halt irgendwie queerfreundlich oder was auch immer. Es gibt sicherlich unterschiedliche Sichtweisen zu, aber ich kann vielleicht nochmal erklären, was wir jetzt auch auf unserem Amazon-Kanal für eine Strategie gefahren haben. Jetzt ist ja gerade Pride Month so, ne, und man kann ja immer sagen, oh, jetzt ist so viel Pinkwashing und was weiß ich was, aber auch wir haben gesagt von wegen, hey, wir wollen uns da irgendwie daran beteiligen, wir haben halt Anfang des Monats eine Slideshow erstellt mit Zitaten von Rappern und RapperInnen, die halt so queer, explizit queer-friendly sind, also sowohl Allyship als auch irgendwie die Teil der Community sind. Unser Anspruch war, dass wir über die Monate hinweg Sachen oder unsere Formate teilweise vielleicht so anpassen, dass es den Leuten oder unserer Community gar nicht auffällt, dass das jetzt eigentlich eine besondere Sichtbarkeit für queer Musik ist oder für Leute, die da Allyship bekennt, sondern dass die einfach checken, es pflegt sich genauso organisch in unserem Content ein wie alles andere aus. Den Unterschied muss man nicht machen, also den Unterschied macht ihr, den muss man nicht machen, checkt es. Und jetzt zum Ende des Monats werden wir auch noch so kleiner Spoiler, darf ich das schon sagen? Ja, ich mach's einfach. Werden wir auch so noch eine Pride-Playlist launchen, also wo das in einer Liste gesammelt ist und das halt als Anspruch nehmen, den halt Monat für Monat oder diese Liste Monat für Monat zu aktualisieren und immer wieder zu posten. Es soll sich ja nicht auf den Juni beschränken, sondern soll halt auch, das soll jetzt dieser Juni soll halt praktisch als Startschuss genommen werden, dass wir halt damit weitermachen, so weil wir das Thema wichtig finden. Mein Chef zum Beispiel, als ich ihm die Idee gesagt habe, von wegen, ja, ich würde gerne irgendwas zum Pride-Mand machen auf so einem Kanal, er stand sofort hinter mir, er meinte von wegen, ja, natürlich machen wir das und wenn es da irgendwen gibt, der da ein Problem mit hat, dann wird der, ob wir da jetzt 3.000, 4.000 Follower verlieren, haben wir natürlich nicht, aber wenn das so wäre, dann ist das so, so die Leute brauchen wir halt nicht auf unserem Kanal, Punkt. Und wir wollten diesen Monat über und ich glaube, das haben wir gut geschafft, den Leuten halt verdeutlichen, ob es dem bewusst ist oder nicht, aber dass sich dieser Content von Queer-Friendly oder Allyship-RapperInnen organisch einpflegen kann, ohne, dass sie es merken, so. Und das ist das, was wir irgendwie so verkörpern wollten. Ich weiß nicht, ob das das direkt auf den Inhalt der Frage abzielt, aber ich glaube, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann, man muss es nicht labeln, so. Die Künstlerinnen stehen für das, was sie sind und mit ihren Texten halt für sich, so, man muss da keine eigene Bubble aufmachen. Wir machen jetzt halt diese Playlist, weil wir wollen, dass dafür auch eine besondere Sichtbarkeit entsteht. Man muss aber kein eigenes Genre aufmachen. Letztlich sind das alles Rapper und RapperInnen. Sehr gut. Dann beenden wir damit diese eine Folge, die 27. über Delta Berlin. Danke für die ausführlichen Antworten. Sehr gerne. Genau, also schaut auf jeden Fall bei seinen Instagram-Accounts vorbei, beziehungsweise bei dem ganz großen, vor allem, falls ihr den noch nicht kennt, dann würdet ihr wahrscheinlich auch besser erkennen können, worüber wir gerade gesprochen haben. Da ist alles verlinkt. Genauso guckt auch bei uns am besten vorbei, bei unserem Instagram-Account. Hört es gerne oder schaut es gerne entweder bei YouTube oder Spotify, wenn ihr eben jeweils das andere Video immer benutzt bisher. Das wäre es dann von mir. Ansonsten könnt ihr auch nochmal Auf Wiedersehen sagen. Ciao, danke fürs Zuhören. Danke Niklas, dass du da warst und ja, macht's gut. Bis bald. Jo, wir sehen uns. Zuhören. 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 Zuhören.